Ich gebe zu, am Anfang habe ich es nicht verstanden, aber das muss ich auch nicht. Die Künstler von Hashtag AllesDichtMachen haben mich verwirrt. Jetzt weiß ich, dass sie für uns alle aufstehen, indem sie alles dicht machen. Es gibt tatsächlich Menschen, die aus Unwissenheit Kritik üben an unserem neuen Leben. Sie haben den Ernst der Lage noch nicht erkannt und verstanden. Wir hatten vor 2020 wirklich keine Freude und nichts zu lachen. Es ist gut zu sehen, dass wir jetzt klar wissen, was wir tun sollen. Ich sehe ein, das ich nicht mehr hinterfragen muss. In so einer Krise ist es wichtig, dass wir uns vollkommen auf sie verlassen. Wir tun, was sie sagen. Jeden Tag sagen sie es uns, immer wieder. Solange wir ihnen folgen, kann uns kein Leid geschehen. Denn sie haben es geschworen, in einem Eid, zum Wohle des deutschen Volkes, so wahr mir Gott helfe. Nein, ich höre nicht mehr zu, wenn ich andere Meinungen höre. Ich will mich damit nicht belasten. Ich vertraue darauf, dass sie wissen, was sie tun. Und das tun sie. Das könnt ihr mir glauben. Sie wissen, was für mich richtig ist. Ich merke ja noch nicht einmal, wenn ich krank bin. Auch darum kümmern sie sich. Und mal ganz ehrlich, was soll ich mit so viel Freiheit anfangen? Soll ich mich jeden Tag entscheiden, ob ich ins Kino will, in einen Park, auf ein Konzert, in ein Restaurant oder in Urlaub? Das ist so anstrengend. Ich bin so froh, dass ich das nicht mehr selbst entscheiden muss. Wir dürfen uns jetzt auch impfen lassen. Okay, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das auch will. Aber ich glaube ganz fest daran, dass sie alles tun werden, um uns zu überzeugen. Nun zu unseren Grundrechten. Natürlich müssen Grundrechte vom Impfstatus eines Menschen abhängen und auch davon, ob man sich hat testen lassen. Denn das zeugt von der Solidarität gegenüber unseren Mitmenschen. Grundrechte verliert man eben, wenn man keine Maske trägt. Und Grundrechte hat man eben nicht immer und jederzeit, da es einen Grund braucht, um das Recht zu bekommen. Und natürlich endet unsere Freiheit dort, wo die Angst unserer Mitmenschen beginnt. Und deswegen ist auch alles gut so. Nur, was mache ich, wenn es keinen Grund mehr gibt, dass sie für mich entscheiden? Aber ich denke, dass die Lösung schon feststeht. Die Klimapolitik. Ihr werdet sehen, das gibt unsere nächste Stabilität. Und jeder, der eine andere Meinung hat, sollte sich schämen. Sie arbeiten hart für uns, sodass es uns heute so gut geht wie nie zuvor. Wo kämen wir denn hin, wenn jeder seine eigene Meinung hätte? Zumal diese ja auch gar nicht stimmt. Und Kritik äußern ist der totale Frevel an unseren guten und ehrlichen Politikern. Es ist auch viel zu anstrengend, immer andere Meinungen von anderen Menschen hören zu wollen. Das bringt Unruhe und Unsicherheit. Und das will ich nicht. Ich will tun, was sie sagen. Unreflektiert und unzensiert. Denn Zensur gibt es schon genug. Manchmal, wenn sich jemand gegen sie stellt und gegen die Maßnahmen protestiert, folgt dankenswerterweise sofort das Veto der Regierung oder sogar der Mitmenschen, die wissen, dass die Politiker immer Recht haben. Ganz egal, was kommt. Das ist das Schöne an unserer neuen Normalität. Um das stabil zu halten, lassen wir uns testen und testen und testen. Wir brauchen eine stabile Kurve, gerne mit Ausschlag nach oben. Das gelingt uns immer mehr. Die Stabilität der hohen Kurven sorgt für die Aufrechterhaltung der Gerechtigkeit, der Freiheit und der Grundrechte in unserem schönen Land. Wir brauchen keine eigene Meinung mehr. Denn sie wissen, was sie tun. Das steht fest. Sie haben Recht und sie sprechen Recht. Auch wenn Gerichte so manches Mal das gekippt haben, was sie wollten. Klar, so spalten sie die Gesellschaft, aber das muss auch so sein. Wie sollte sich sonst die Spreu vom Weizen trennen? Wie sollten wir sonst sehen, wer auf der dunklen oder auf der hellen Seite steht? Für dieses neue Lebensglück verzichten wir gerne, immer wieder aufeinander folgend, in den nächsten drei Wochen, auf sehr viel. Und das ist auch gut so. Und wenn die neue Krise kommt, weil die alte vorbei ist, freue ich mich jetzt schon auf die Bewältigung der Klimakrise durch unsere Regierung, damit ich immer weiß, was falsch und was richtig ist. Das gibt mir Sicherheit. Deshalb bleibt gesund und hört nicht zu. Denkt nicht nach. Informiert euch nicht und lasst das sondieren. Denn nur so könnt ihr eine eigene Meinung vermeiden. Satire Ende Und dann geht es auch auf der Karte. Und dann geht es auch auf der Karte. Und dann geht es auch auf der Karte.